Musik Vorsicht Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung Hey meine ließen Donuts Herzlich willkommen zu einer neuen Film Review Und heute geht es um Dragon Ball Evolution Ich mach erstmal ein paar Fakten zum Film Erscheinungsjahr 2009 Länge 82 Minuten Regie James Wong Drehbuch James Wong Und Ben Ramsey Produktion Steven Cho Musik Brian Tyler Kamera Robert mit Lachlern Schnitt Chris G. Willinghan und Matt Friedman Justin Chadwin spielt Son Goku Cho Yun-Fat spielt Okamudan Roshi James Masters spielt Piccolo Jamie Chung spielt Chi-Chi Amy Russell spielt Bulma June Park spielt Yansha Eriko Tamaru spielt Mai Randall Duke Kim spielt Gohan Texas Battle Spielt Cary Fuller Ernie Hudson spielt Syphil Norris Merchandising Das Buch zum Film ist wie der Manga Dragon Ball beim Carlson Verlag erschien Was ist das für eine dämliche Scheiße? Basierend auf dem Film entstand ein Computerspiel für die Playstation Portable Dessen Darstellung der Charaktere aber keine Ähnlichkeit mit der bekannten Dragon Ball Spielereihe aufweist Auch Action Figuren die auf dem Film basieren werden zum Verkauf angeboten Bevor wir anfangen Dieser Film soll die erste Ich wiederhole die erste Dragon Ball Serie in Real Life Version darstellen Damit ist der Endantagonist Piccolo Sohn des Oberteufels Piccolo Fun Fact Der Macher von Dragon Ball Akira Toriyama war selber dort und wollte den Film retten Die aber so Nö Chaos über unsere friedliche Welt Mit der Hilfe seines Jüngers Osaru Wait What? Seit wann hatte Piccolo ein Osaru als Jünger? Saiyajin und Namekiana waren niemals in der Geschichte von Dragon Ball Verbündete Zu keinem Zeitpunkt haben sie zusammen Planeten erobert Obwohl es wäre schon eine witzige Vorstellung Ey yo Duda Ich bin Namekiana Und was bist du? Ich bin ein Saiyajin Wollen wir zusammen einfach Planeten übernehmen? Äh ja Wir müssen dann nur am Meister Freezer weitergeben Wer ist Freezer? Äh Nusser fährst du später Okay Freezer! Weil was Was willst du direkt dafür? Und was ist dieses grüsen Was ist dieses grüne Ding neben dir? Ähm Das ist ein Namekiana Und wir haben zusammen ein paar Planeten für dich übernommen Ui Toll Schließlich strachen einige tapfere Krieger in Mafuba aus Einen mächtigen Zauber Der Piccolo tief im Innern der Erde einfloss Da sein Meister gefangen war Verschwand Osaru Und allmählich wurde das Gleichgewicht unserer Welt wiederhergestellt Ein paar mutige Krieger haben also das Mafuba eingesetzt Warum die Krieger zufälligerweise Mutaito, Mutun Roshi, Tenjin Han und Gott? Weil nur diese Leute das Mafuba anwenden konnten Und außerdem wird man in einem Gegenstand und nicht in die Erde eingeschlossen Ich meine die Erde ist ziemlich dumm Da Piccolo easy zum Kern des Planeten fliegen könnte Um ihn einfach hoch zu jagen Jetzt erkläre ich euch mal den Begriff Mafuba Ma bedeutet Dämon Fu bedeutet Seele Ba bzw. Ha bedeutet Welle Es ist nicht mal eine halbe Minute im Film vergangen Und ich labere euch jetzt schon mit Fakten ein Cold Letters vor By the way, wieso ist Osaru jetzt eigentlich verschwunden? Ohne Piccolo konnte er immer noch die Welt übernehmen Oder war einfach der Vollmond nicht mehr da? Die erste Regel lautet Es gibt keine Regeln Arschgeile Regeln Das haben sie safe dem Persan 480 vor Christus gesagt Wetten? Und was soll ich eigentlich wetten? Ich hab ja nichts zu verlieren 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 하eliche der Welt übernehmen Okay, wir sind ein Teenager oder Erwachsenen-Song-Goku. Auf jeden Fall ist er hart am Schwitzen und wait, soll der ältere Herr Opa Gohan sein? Er ist in der Serie gestorben, als Goku noch ein Kleinkind war. Also logisch ist das auf keinen Fall und ist noch schlimmer als mein Kanal. Ich versprochen nicht zu kämpfen, na schön. Dann lehre mich endlich was Nützliches. Zeig mir, wie ich ein Mädchen rumkriege. Es ist ja ziemlich interessant, dass der Film-Goku Mädels rumkriegen möchte, der während der Anime-Goku nur fressen und kämpfen wollte. Charakter, eins zu eins getroffen. Was ist das? Das ist ein Dragon Ball. Sujinshu bedeutet vier Sterne. Auf der ganzen Welt gibt es nur noch sechs andere, mit einem bis sieben Sternen. Neben dir, Goku, ist das mein einziger Schatz. Das Geistern in diesem Film ist bisher der fucking Dragon Ball. Ja gut, ist ja auch nicht schwer, wenn alles andere entweder falsch oder scheiße ist. What the fuck, Goku geht zur Schule? Also jetzt mal ehrlich, bei jedem vorherigen Fehler hätte ich, wenn ich stoned oder besoffen wäre, hinweg gesehen. Aber das, das geht zu weit. Ich zeig die an. Ich zeig die an. Ich zeig die an. 1. Cooles Outfit, Piccolo. Wo ist denn das her? 2. Warum wird jetzt ein Random Dorf angegriffen? Wozu? Ich kapier's nicht. 3. Wer ist auf einmal diese Frau? Oh, Spoiler. Das ist Piccolos Gehilfin. Ich weiß, klingt weird, ist aber so. Boah, Piccolo, du hast ja die Hosensack-Transformation geschafft. Respekt. Bisher konnte das nur Palpatine. Genau. Seit Anbeginn der Zivilisation gab es viele Versuche einer Erklärung. Oft galt eine Sonnenfinsternis als Vorbote des Weltuntergangs. In Indien glaubt man an, der Ende der Zivilisation würde die Sonnen verschlägt. Die Chinesen da müssen... Goku sitzt im Unterricht und geiert auf Chi-Chi. Ähm, ja, richtiger Kämpfer um Pithras. Was? Ähm, Goku, das war gerade schon ein bisschen dumm, oder? Chi in der Schule zu verwenden und dann noch erwischt zu werden. Aua! Hey, Goku, richtig. Warst du das? Äh, ja. Du nutzt deinen Kii. Was, du kennst dich mit Kii aus? Nur weil mein Name Chi-Chi ist, bin ich keine Vollidiotin. Klar, klar, es gibt viel blödere Namen als Chi-Chi. Damit will ich nicht sagen, dass Chi-Chi ein blöder Name ist. Er ist einfach nicht so normal. Aber normal wird überbewertet. Das soll nicht heißen, dass du dumm oder überbewertet bist. Ich... Na, die Habe. Hey, bei mir steigt schon auf eine Party. Ich komm gerne. Okay, ja. Bro, WTF, woher weiß Chi-Chi, was Kii ist? Die weiß ja nicht mal, was ein mechanischer Toaster ist. Es ist das? Einer mechanischer Toaster. Goku, du Idiot. Sie redet mit dir und du verkackst es. Ähm, vergesst, was ich gesagt habe. Er hat es geschafft. So kriege ich also auch eine Freundin. Ich muss sie behandeln, als wäre sie dumm. LOL. Ich dachte, ich müsste respektvoll, loyal, treu und ehrlich sein. Aber nein. Das Gegenteil muss her. Danke, Goku. Alles Liebe zum Geburtstag. Goku? Der arme Opa-Gohan bleibt alleine an Gokus Geburtstag zu Hause. Und Chi-Chi hat am gleichen Tag Geburtstag? Das stimmt doch was nicht. Son Goku. Geburtsdatum? Ja, 737. Chi-Chi. Geburtsdatum? Ja, 737. Zugegeben, ein Tag ist nicht verzeichnet, aber sie sind gleich alt. Und ich glaube immer noch nicht, dass sie am gleichen Tag Geburtstag haben. Das hat sicher nie getan. Leute, das war gerade Carsten Stahl. Nur in Krass. Uff, Berlins Gangster Rapper Piccolo. Mit Trottifackelblühne. Welche Hitsinge wird er jetzt rupen? Ha? Ich kauf dein Haus, kauf deine Frau und kauf dich mit. Ich hab mich niemals ausgezogen für die Klinge. Verbrannt ihn. Es. Jenes. Safe, Piccolo-Bauarbeiter. Häuser armieren, Straßen reparieren, Mitarbeiter schlagen, damit ich mich nicht blamiere. Ja, es hat begonnen. Der Dragon Ball verleiht im Anime nicht die Kraft, Back to the Future zu spielen. Und all das, was ich bisher gesagt habe, waren ungefähr 16,5 Minuten des gesamten Filmes. Du hast sie. Nettter Sprung, aber nächstes Mal treffe ich. Mein Vater hat die Prometheumkugel vor 20 Jahren gefunden und du hast sie mir letzte Nacht geschohlen. Ohne sie werde ich nicht gehen. So, äh, wir lernen Bulma kennen, die eine fucking Action-Brout ist und keine einfache Wissenschaftlerin. Hey, wie bist du eigentlich? Hey, willkommen. Das Quad ist so geil animiert! Hey, man muss auch mal was loben. Kami-Haus ist im Anime auf einer einsamen Insel und nicht in einer fucking Großstadt. Ungelogen, dieser Spruch hat mich gerade zum Schmunzeln gebracht. Unge! Ich bin Muten Roshi, der Unbesiegbare! Warum habt ihr Muten Roshi versaut? Er war in der Serie ein perverser, fürsorglicher Opa. Und hier ist ein arrogantes Stück Scheiße. Was sogar jung ist. Dragon Balls müssen gefunden werden. Denn nun wird entschieden, der Menschen Schicksal auf Erden. Marschiert die Armee. Von Furcht und Rache erwacht er Shenlong, der große Drache. Seit wann muss man ein Gedicht aufsagen, um Shenlong zu rufen? Das wäre mir neu. Shenlong, erschein und erfüll mir meinen Wunsch! Nicht du! Du bist im Endeffekt besser mit drei Wünschen, aber nein, dich auch nicht. Endlich! Warum hat Piccolo voll mal ein Schiff? Ich dachte, er kann fliegen. Ohne das ganze Wasser ist er viel einfacher zu finden. Ich habe gehört, dein Großvater hat einen Unfall. Das tut mir sehr leid. Das Haus ist eingestürzt. Woher weiß Chi-Chi, was mit Gohan passiert ist? Was ist also doch? Dass ich auch eine Kämpferin bin. Aber zu Hause weiß das keiner. Sie würden es auch nicht verstehen. Warum sollte der Rinderteufel, der damals selbst gekämpft hat, nicht verstehen, dass Chi-Chi eine Kämpferin ist? Kann mir das jemand erklären? Was? Braucht da unten jemand Hilfe? Das übernehme ich. Oh, unser Lebensretter. Wir sitzen hier unten fest. Ich wäre unendlich dankbar, wenn Sie mir und meinen Freunden hier raushelfen würden. Näm hübschen Ding, wie dir helfen? No problemo. Danke sehr. Sie sind echt ein Gentleman. Yamcha, stets zu Diensten. Aber eine Belohnung muss schon drin sein. Belohnung? Wer könnte die Falle wohl aufgestellt haben? Und das da ist Yamchu. Ja. Der Yamchu, der in Dragon Ball Z durch einen Pflanzenmann gestorben ist. Ja, der Yamchu, der nichts drauf hat, außer Song Gorns unehelicher Vater zu sein. Warum macht Yamchu einen auf Kavalier und wird dabei gar nicht verlegen? Das passt nicht zu ihm. Sekunde mal, ist das ein Capsule RX-50 Roadster, den ich da sehe? Oh, dann nehme ich den. Also bist du nicht seit ein schädiger Wegelagerer? Schon, aber einer mit einer Leiter. Weil, wann kennt sich Yamchu mit Technik aus? Er hat damals in den fucking Werken gelebt. Safe an Internet. 5G ist am Start, Bruder. Durch euer Blut wird er zum Leben erweckt. Die Dragon Balls sind jetzt zum gleichen Lahn. Ich verstehe dich, Piccolo. Eier zu spucken war langweilig, deswegen die Bluttranspension. Die Dragon Balls, sie sprechen mit dir. Ja, sie zeigen dir eine Zukunft. Sie können es aber eigentlich gar nicht. Lass sie dich durchdringen. Ha! Ich verstehe sie. Lass sie los! Ich verstehe sie. Nein, nein, insigna! Mann, isset mich. Ja, Mann. Im Film von Son Goku das Kamehameha mehr mit Choreografie. In der Serie hat er es durch zugucken gelernt. Im Film war das Kamehameha so stark drei Kerzen anzutünden. In der Serie hat Goku First Strike einen Kleinwagen zerstört. Safe war das nicht smart. Nein, nein, nein! Goku ist lediglich die Hülle. Das hier ist dein Wahres. Von der Meteor kommst du hierher, um dich 18 Jahre lang mitten dieses Abschaus zu verstecken. Hier bist du gelandet und hier wirst du wiedergeboren. Als mein Ziel. Oh nein! Ich dachte, Goku ist nichts mehr übrig. Statt eines Osaru kriegen wir die Wish-Version von einem Wargen aus World of Warcraft. Ich zeige nur das Ende des Kampfes, weil ich Zeit sparen möchte, sagt der, der so viel zu sagen hat, wie alle Shakespeare-Romane und alle Star Wars-Teile zusammen. Er besiegt Piccolo mit dem Kamehameha und irgendwie schwebt er plötzlich in der Luft, als würde er die Drachenfaust machen. Goku, meine Frage an mich. Du hast ja in die Sonnenfenstern geschaut. Bist du blind geworden? Drache! Die Prüfung der Sieben wurde bestanden! Ich fordere dich auf zu erscheinen und mir meinen Wunsch zu erfüllen! Schenke Mutten Roshi neue Lebenskraft! Mutten Roshi wird wiederbelebt und Shenlong ist im Film 4 Meter groß. Spaß! Das ist Shenlong... Das ist nicht Shenlong, das ist ein Liniputaner aus einer anderen Dimension. Piccolo lebt noch. Wollt ihr auch wissen, warum? Weil die einen zweiten Teil geplant hatten! Zum Glück haben da alle, aber auch wirklich alle, Nein gesagt! Und jetzt kommt der Korrekt! Der Korrekt! Aber das ist das! Ja, wo ich bin da!